Moschi Moschi, ihr spricht Bin ich hier bei der Polizei? Ja, gut Der Grund warum ich anrufe ist, dass meine Nachtruhe gestört wird. Ich meine kann man nicht mal ruhig schlafen Aber nein draußen rufen die ganzen Leute und sie zeigen keinen Respekt vor mir als deutschen Staatsbürger und so Was? Ich will sie nicht verarschen Was glauben sie denn? Jeder Mensch hat gewisse Rechte und jeder hat das Recht auf eine Nachtruhe, ist doch klar Meine Adresse lautet Ich hoffe ihr kommt möglichst schnell Ich will bloß einfach schlafen Doch die Polizei kam nie 5 8 10 10 Vielen Dank.